Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2 und wir befinden uns in Kalifornien und wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß, dass es quasi hiermit endete. Wir haben unser Forscherteam auf Lebendfang geschickt, denn das Szenario ist ja, wir befinden uns nach dem letzten Film. Jurassic World ist zusammengebrochen und irgendwelche Menschen haben Dinosaurier aufs kontinentale Festland gebracht und die verbreiten sich da. Wie die Fliegen schießen, äh, die Fliegenpilze hätte ich fast gesagt, schießen die aus dem Boden, ne? Oder wie die Pilze im Allgemeinen. Müssen ja keine Fliegenpilze sein. Wie dem auch sei, wir haben in Kalifornien, ja, unsere Forscherin auf dem Weg, oder aus Kalifornien die Forscherin auf den Weg geschickt, um letztendlich diesen Herrera-Saus gefangen zu nehmen und davon haben wir sogar drei Stück. So, und das sind alles Fleischfresser und die wollen wir jetzt hier natürlich unterbringen. Eigentlich wäre es ganz cool, wenn man die in ein anderes Gehege bringen würde. Jetzt habe ich hier zwei gebaut, die hoffentlich groß genug sein werden für unsere Neuankömmlinge. Mal gucken. Können wir auch vorstellen, dass das wieder eine Falle ist. Und dass sie sagen, ah, drei ist einer zu viel. Hier geht es gleich direkt los mit so einem fiesen, 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 fiesen Kampf untereinander. So, wie dem auch sei, hier kommen sie, unsere Herrera-Sauri. Ja. Oh, dann bin ich sehr gespannt. Der hat bestimmt Halsschmerzen. Ne, also der muss doch Halsschmerzen haben, wenn es dann irgendwann so weit ist. Ja, guck dir das an. Ja. Würde abkönnen. Da haben wir schon mal einen. So, gleichzeitig ist die Forschung abgeschlossen worden. Mittelgroße Forschung. Und jetzt können wir, könnten wir theoretisch, wenn wir noch einen weiteren Wissenschaftler hätten, um hier auf die neuen Zahnräder zu kommen, da weiterforschen. Was haben wir hier? Medizin. Neue Knoten. Irgendwas ist freigeschaltet worden. Muss ich das auch eigentlich jedes Mal wieder neu erforschen? Offensichtlich. Gut. 100.000. Dann erforscht ihr das mal. Was können wir noch machen? Hier vielleicht was Struktur? Irgendwas? Ne, sehe ich noch nicht, dass hier was freigeschaltet wäre. Aber theoretisch ist hier irgendwas. Effizienz-Upgrades. Die sind wichtig. Die sind wichtig. Also ihr beiden. Da forscht ihr jetzt dran. Effizienz-Upgrades. Unser Dream-Team. Die Frauen im Team. So, also dann nehmen wir unser Ranger-Team. Steuern es wieder mal direkt. Und gucken, wo wir uns befinden. Irgendwo in einem Gehege. Und es ist wie immer... Oh, was ist da los? Zerstört da einer mein Gehege? Es scheint fast so, als sei hier jemand unzufrieden mit seinem neuen Gehege. Könnte auch eine Falle sein. Die sind ja nicht dumm, die Biester. Könnte auch eine Falle sein. So, jetzt muss ich mal ganz kurz raus aus dem Auto und gucken, wo wir hier überhaupt sind. Also da vorne ist noch irgendwas nicht richtig. Ach, gucke mal hier. Das sind unsere Dilophosaurus, die offensichtlich nicht ganz zufrieden sind. Oder meinen, sie könnten hier mal testen, was da los ist. Ist denn mit euch nicht richtig, Jungs? So, Aufgabe hinzufügen. Zaun reparieren. So, und dann gibt es natürlich jetzt vielleicht hier, da schauen wir mal rein, die Möglichkeit, ein weiteres Ranger-Team hinzuzufügen. Fortgeschrittene Scanner können wir machen. Was auch immer das bedeutet. Okay, Saurier-Scann-Dauer minus 90%. Ja, okay. Ich hätte eigentlich ganz gerne ein... Ein weiteres Team. Aber weißt du was? Wir haben ja schon wieder 2,4 Millionen auf dem Konto. Und dementsprechend bauen wir uns hier einfach ein neues Unterstützungszentrum dazu. Eine Unterstützungsanlage. Die wird genau hier vorne hingebaut. So, Snap. So, kostet 100.000. Wird da hingebaut. Komm. Schluss mit den fiesen Matenten hier. So, Ranger-Team repariert Zaun. Aufgabe hinzufügen. Eins. Zwei. Da muss man immer mal gucken, was hier mit den Biestern los ist. Die Kleinen können doch hier nicht unseren Zaun kaputt machen. Unglaublich. So, das könnte fertig sein. Ranger-Team 2. Direktsteuerung. Komm, machen wir mal selber. Heute fährt der Opa nochmal selbst. Und er weiß auch schon, dass hier das Tor aufgehen muss. So, und da das ein fieser Raubsaurier ist... Gucken wir mal, wo die anderen sind. Geht der Puls doch schon wieder hoch hier. Kann ich gleich mal auf meine Apple Watch gucken? Oh oh. Ich hänge fest. Jetzt geht hier auch noch die Musik an. Huh. Ja, zumindest haben wir ihn noch auf der Flucht erwischt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz pausieren. Das Ranger-Team auswählen. Dann... Aufgabe hinzufügen. Wir reparieren jetzt erstmal diesen Zaun. Als allererstes. So, und dann gucken wir mal, wo ist der... Ach, der hat auch wieder eine Krankheit. Das ist ja schon wieder ein Ding hier. So, aber wir fangen jetzt als erstes mal mit der Umgebungsbearbeitung. Bevor die hier mir aufs Dach steigen. Die Burschen. So, Wasser haben wir jetzt genug. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Beute. Und da wir drei von den Jungs hier haben, stellen wir hier mal eins hin. Stellen wir da eins hin. Hier kann noch eine Ziege schlüpfen. Warum sind das eigentlich immer nur Ziegen? So, und da kommt eine hin. So, Rest passt offensichtlich. Wald ist ausreichend da. So, und in jedem Fall muss ich jetzt nochmal auf Pause drücken. Denn wir brauchen jetzt die mobile Veterinäreinheit. Die sich dem Burschen da anguckt. Und vermutlich die anderen auch. So, und jetzt brauche ich natürlich noch ganz kurz das... Nein, nicht... Momente mal, Momente mal. So. Ich wollte doch hier raus. Lass mich hier raus. In jedem Fall können wir jetzt erstmals alle Schutzräume erfüllen. Aufmerksamkeit. Bitte begeben Sie sich vorsichtshalber zum nächsten Schutzraum. Geiler Sound. Einfantil. Aufgabe hinzufügen. So, der ist schon wieder leer. Auffüllen. Geiler Sound. Also, ich mag's. Find ich gut. So, und jetzt... will ich nur noch wissen, wo unser medizinisches Notfallteam ist. Ach, das steht hier noch rum. Also, Aufgabe hinzufügen. Noch einmal. Ja, aber geht auch alles wieder nach oben. Na, der hat auch schon sein erstes Zieglein erwischt. So, Transport. Und da geht's wieder rein. Also, ich finde den Sound ja ganz schön geil. Wenn die Schutzräume auf sind, verdienen wir dann eigentlich Geld? Ich sehe derzeit nicht. So, jetzt können sie wieder raus. Alles wird gut. Ranger Team. Aufgabe hinzufügen. Transport im Gange. Ja, und so passt das. Gut. Derweilen schicken wir dann unser Expeditionsteam noch einmal los. Was haben wir hier? Acht Trodon in der Nähe von Albuquerque gesehen. Jetzt sind so kleinere. Boah. Nehmen wir mal die. Oder? Jetzt hätten wir noch den. Wow. Metri Canto Saus. Den können wir natürlich auch nehmen. Was brauchen wir? Hier brauchen wir natürlich wieder. Ismael und Marni. Aufgabe starten. Da hat man jetzt gerade auch nochmal den Unterschied gesehen. Zwischen den einzelnen Jungs. Der eine ist belastungsresistenter. Da geht das dann in kleineren Schritten mit dem Stresslevel nach oben. Ja. Okay, das gucke ich mir alles irgendwann an. Ja, und die Hälfte ungefähr haben wir geschafft. Heißt. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir jetzt noch ein weiteres Gehege brauchen werden? Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir das einfach bauen. Produkt transportiert. Halte ich zumindest für eine gangbare Möglichkeit, wie man immer so schön sagt. Und dazu bauen wir natürlich wieder Schutzräume. Ja. Hier kommt einer hin. Ich meine, hier vorne haben wir zwar einen, aber... Man weiß ja nie, ne? Lieber einen mehr als einen zu wenig. Und ja. Dann gehen wir doch hier vorne noch lang und bauen hier noch irgendwo einen Schutzraum hin. Ich meine doch zumindest, dass in dem... Alten... Also, Teil 1. Jurassic World. Das Terrain angepasst wurde. Ja gut, ist hier auch so. Warum sollte es auch anders sein, ne? Ähm, gut. Dann brauchen wir wieder ein paar von unseren Sichtanlagen. So, kommt direkt hier vorne eins. Eine hin. So, Leben fangen. Metriacanthosaurus. Zwei Stück fangen. Einer ist entgangen. Okay. Sauer transportieren. Transportiere Produkt. So, wir waren jetzt dabei, hier die... Beobachtungsgalerien zu bauen. Kann ich mir vorstellen, dass es hier hinkommt. So, dann mache ich jetzt mal was vielleicht Schlaues. Und packe einfach erstmal so ein Ding hier in die Mitte. So, die ist in der Mitte drin und jetzt sollten wir auch... Vielleicht sehen wir das ja jetzt. Ne, sehen wir nicht. Aber wäre eine gute Option gewesen, das jetzt hier irgendwie zu erkennen. Da kommt noch einer hin. Und dann kommt zu guter Letzt hier vorne noch eine hin. Und dann stehen wir, denke ich, ganz gut da. Gut. Also, einmal kurz pausiert. Ja, hier muss auf jeden Fall auch noch ein... Warte. Ein Schutzraum hin. Und hier hinten bauen wir auch noch einen Schutzraum hin. So, dann gucken wir jetzt nochmal wegen Strom, bevor ich das wieder vergesse. Was ist das? Das ist der Schutzraum. Hier. Oh, wir können es auch hier hin bauen, ne? Oder wir bauen es hier hin. Ne, das ist aber im Terrain. Das wollen wir auch nicht. Also bauen wir es hier hin. So, dann fehlt mir jetzt noch ein zweiter. Und der kommt... Bauen wir den mal... Hier hin. Gut. Also, sorry, nicht erschrecken. Das ist hier die Anspannung, die mitspielt. Gut, haben wir drin. Aber, warum finden wir das so ebenfallsometer kann. Gibt es hier den malenantrysten? Gut. 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 Ja, schön viele Zugänge zum Schutzraum, ganz wichtig. Vielen Dank. Von mir aus auch so rum, wenn es anders nicht geht. Von mir aus, von mir aus, da bin ich ja nicht so. Gut, jetzt also zum Zaun. So, wo geht's lang? Ich weiß gar nicht, warum ich hier so rund baue hier in den Ecken. Also, ist doch gar nicht notwendig eigentlich, ne? Aber vielleicht fühlen sich die Saurier dann auch ein bisschen wohler, man weiß es auch nicht. Guck, jetzt können wir auch den Nekrozaun bauen. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Wird aber mehr Strom erfordern, möchte ich behaupten. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Da bauen wir eine hin. Da bauen wir eine hin. Kommt in jedem Fall hier vorne noch eine hin. Und von mir aus kommt da auch noch eine hin. Gut, also haben wir. Irgendwo fehlt Strom. Da. Auffüllen. Okay, also jetzt haben wir viel, viel Geld ausgegeben. Und müssen natürlich gleich auch noch mal gucken, was denn mit diesem anderen. Schicken wir mal ein neues Dreamteam los. Was denn mit den anderen gerade angekommenen Sauriern eigentlich ist, ne? Also, weil die haben wir uns noch nicht angeschaut. Und da würde ich sagen, das machen wir jetzt. Oder. Doch, machen wir jetzt, oder? Direkt Steuerung. So, der Spaß an der Sache. Also, Direkt Steuerung. Da vorne sind sie auch. Da guck mal direkt mal rein. Habe ich die jetzt aus Versehen ins Gleiche? Gehege gepackt. Also, erstmal schön, dass wir jetzt hier ein neues Foto machen. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Ah, ich muss weg. Das war mein Zeichen, um zu entschwinden. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, Tatsache. Aus Versehen habe ich die ins gleiche Gehege gepackt. Das ist natürlich ein Ding. Ja, das habe ich mir gedacht. Also, die kommen nicht miteinander klar. Und deswegen werden wir jetzt zumindest zwei von den Typen wieder weg machen. Da, HRS 2, HRS 1. Betäuben, MTR. Dann nehmen wir den. Und MTR 2. Weil die sich nicht mögen. Ist doch ganz einfach. So, schön im Morgengrauen werden unsere Dinosaurier gejagt. Ach, guck dir mal dieses Streifenmuster an. Ja, aber getroffen wurde er. Das ist schon mal gut. Und da fällt er auch direkt zur Seite. Hier ist Nummer 1, der hier liegt. Nee, hier ist Nummer 2, der da liegt. So. Kommst du da hin. Und du kommst da hin. Irgendwo in die Nähe, dass ihr auch halbwegs freieinander seid. Ja, da musst du auch ein guter Pilot sein, ne? Wenn du das hier so hinkriegen möchtest. So, und dann haben wir da den nächsten Lebenfang achtmal den erster Troodon. Weiter geht's. Ist auch ein Fleischfresser. Also wir nur Fleischfresser sind wir hier am Fangen. Produkttransport im Gange. So. Und da habe ich doch glatt gesehen, dass ich hier den Weg noch nicht zu Ende gebaut habe. Beginne Produkttransport. Produkt in der Luft. Schön, wie sie hier kreisen. Alle Hubschrauber und Dinge tun. Kann natürlich auch noch mal ein Ranger-Team wählen. Muss ja hier auch noch die Aufgabe hin zufügen. Vielleicht auch nicht. Bestätige Produktzustellung. Produkttransport wird durchgeführt. Weil da jemand draufgegangen ist. Was ist denn mit euch? Sind die jetzt tot? Ne, ist ein Ziel, ne? Produkt wird transportiert. Zerstört. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns doch ein neues. Können wir das? Produkt wurde eingesammelt. Für 50.000 ersetzen. Das machen wir. Achso. Ja, es wäre vielleicht auch ganz cool, wenn ihr nicht immer da durchfahren würdet. So, das kommt noch mit dazu. So, und jetzt sind die alle ein bisschen unhappy oder was ist mit euch? Benötigt Statusprüfung. Oder haben wir den Zaun hier noch nicht zugemacht? sind alle noch nicht ganz happy, aber der Zaun dürfte eigentlich zu sein an allen Stellen. Möchte ich behaupten. Oh, wir sind schon kurz vor allem. Ich täusche mich nicht. Wir sind dabei, eine neue Beziehung zu den Sauriern aufzubauen. Revolutionäre Ideen, weil wir so die Vergangenheit besser verstehen können. Und wie wir das tun? Wir versuchen, diese Unfälle hinter uns zu lassen. Nun, wenn ich dürfte, es gibt keine Unfälle, nur unentdeckte Ursachen. Unser Fehler, der Fehler der Menschheit, ist zu glauben, dass wir die Wahrheit wissen wollen, obwohl uns die Lüge ausreicht. diese genetisch erzeugten Saurier, sie sind so real, wie wir sie machen. Wir haben seit Ewigkeiten Hunde und Katzen und Nutztiere gezüchtet und manipuliert. Warum? Nicht für die Tiere, sondern zu unserem Nutzen. Und Sie denken, das tun wir auch jetzt? Sagen Sie es mir. Jeder Kontakt, egal wie winzig und begründet, führt zu Veränderungen. Ist das nicht so, Dr. Duak? Für den Moment müssen wir das akzeptieren. Unser Job, mein Job, ist es, dafür zu sorgen, dass diese Tiere die beste Pflege erhalten. Dann sehen wir weiter. Ja, ja. Wie wunderbar chaotisch von Ihnen. Und jetzt ist das das Bestätig. Schöpfe, 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 Zustand gemeldet. So, dann wollen wir die letzten von den Jungs mal holen. Schöpfe, Objektstatus. Objekt, wohl. Und damit sind wir damit fertig und können die Jungs hier ins Off entlassen. Ja, ja. Du darfst raus. Und jetzt gucken wir hier mal rein und kümmern uns und kümmern uns natürlich darum, dass die Jungs auch was zu futtern kriegen. Zaun defekt. Das ist schlecht. Irgendwo randaliert wieder einer. Wo ist er denn, defekt, der Zaun? Hier drüben. fehlende Beute. Siehste, da habe ich auch noch nicht reingeguckt. Gut. Also, bauen wir nochmal ganz kurz die Beute hier rein. Gehege, fehlende Beute. Klar, auch der kriegt eine Ziege. Bevor sie anfangen, hier unsere Mitarbeiter zu fressen. Einfangteam. Und hier können wir wieder alle Schutzräume öffnen. Tja, Junge. Ich weiß nicht, ob das hier was mit dir wird. Geh mal zu zum Saurier. Oh, hast du ein Glück. Zwei Pfeile sitzen schon mal. Da liegt er. Nichtsdestotrotz müssen wir auch noch den Zweiten einfangen, der sich auch aus dem Staub gemacht hat. Und dann brauchen wir das Ranger-Team natürlich noch, was auch Aufgabe hinzufügen, diesen Zaun noch reparieren wird. Gut. Also, gucken wir jetzt hier nochmal rein, weil wir sind ja eigentlich quasi fast am Ende dieser Folge angekommen. Das machen wir jetzt auch noch eben fertig. Bestand ist acht, Wasser, haben sie, haben sie, haben sie, Wald haben sie auch. Gut, können wir noch ein bisschen was hinzufügen an Wald. zum Beispiel hier, aber vielleicht nicht ganz so groß. Boah. Da sieht das auch gut aus. Die sind also immer eine Gefahr offensichtlich. Oder hier ist halt tatsächlich der Zaun noch irgendwie nicht rund. Und dass hier irgendwo eine offene Stelle im Zaun ist. oder dass der Zaun allgemein nicht ausreicht. Das kann natürlich auch sein, weil sie zu stark dafür sind. Oder weil hier der Strom ausgefallen ist. Auch eine Möglichkeit. Gut, also transportieren wir die Jungs wieder hier rein. und ich verstehe noch nicht genau, warum die jetzt hier eine Gefahr darstellen. Ich gucke noch mal Zaun. Ah, hier, da fehlt ein Stück Zaun, wenn ich das richtig sehe. Und sie haben die Lücke noch nicht entdeckt. So. fehlt noch irgendwo ein Stück Zaun. Nicht einmal auf den Inseln haben wir etwas geschaffen, das so so perfekt ist. Nun, da wir sie nicht frei herumlaufen lassen können und die Saurier nie das Leben kennenlernen werden, das sie leben sollten. Zumindest so perfekt wie möglich. Wir sollten glücklich sein. Aber sind wir das? Vielleicht. Okay, etwas stört dich und ich bin es nicht. Nein. Also, was dann? Dieser Park. Das ist nicht das Ende für die Saurier. Das ist nicht das Ende. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wie könnte es? Es ist zu gefährlich, diese Tiere derart nah der Zivilisation zu haben. Wir werden ihnen folgen. Meinst du das ernst Owen? Ist dir klar, was du da sagst? Wir sind ein Team. Ich kenne dich Claire. Du wirst ihnen nicht den Rücken kehren. Was auch eine schlechte Idee wäre. Wir kennen dich alle Claire. Niemals und ich kann es auch nicht. Diese Tiere sind ein Schicksal, dem wir nicht entkommen können. Und nicht nur wir beide. Alle. Damit muss die Erde nun klarkommen. Entweder behandeln wir den Planeten richtig oder die Saurier machen ihn zu Ehren. Tja. So, und da müssen wir noch ein bisschen Wald entfernen. Ich weiß, eigentlich ist es egal, weil es Spiel ja schon gewonnen ist an dieser Stelle. da können wir noch ein bisschen was wegnehmen. Die mögen weniger Wald. Und unsere Forscher auch. Die gucken lieber mal ein bisschen hier durch. So, also, dann sind wir fertig. So, wenn man jetzt nicht alles täuscht, kommt jetzt noch ein Abschlussvideo. Und, ja, wenn nicht, dann, wünsche ich euch schon mal, viel Spaß bei der nächsten Folge, wenn ihr sie denn gucken wollt. Das ist das Ende dieser Folge und das Ende von Kalifornien. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt mir das doch einfach, indem ihr mir ein Like da lasst oder mir es in die Kommentare schreibt. Oder vielleicht macht ihr auch beides. Falls ihr noch kein Abonnent seid, drückt gerne auf den Knopf. Bleibt gesund. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao und Bye, bye. Ah, Yosemite. Na. In der Sprache des Miwok-Stammes bedeutet das Tal derer, die töten. Passend, nicht wahr? Die Starken jagen die Schwachen. Der Jäger und der Gejagte optimieren permanent ihre Größe, ihr Aussehen, ihre Stärke, ihre Sicht und Geschwindigkeit. Der Verstand wird immer besser in der einen Aufgabe, die zum Überleben notwendig ist. Die Evolution ist ein nie endendes Wettrüsten, das bis heute andauert. So ist das Leben. Es begrüßt Veränderung. Und nun sind die Saurier in das Tal derer, die töten, zurückgekehrt. Die Frage ist nicht, gehören sie in den Yosemite-Part? Das tun sie ganz sicher. Nein, nein, die Frage ist, werden sie bleiben? Aber bunt und schubs k fanschulen. Also wenn ihr liegt mit einem Die Sache ist in der但 efficiency